Schlagt sie zurück! Auf mein Kommando! Die Rune befehlt... Dunkle Seide und Gift des Dunkelläufers. Hier! Sofort! Und Silberwind. Sofort! Jo, fehlt nur noch Schwarzheim. Und ja, da wer mal aufpasst... Silberwind wächst hoch in den Bergen, im Schatten großer Felsen. Ein Teil der Spinnenseide wird von Tanara für die besondere Robben benötigt. Diese Seite wird von großen Felsenspinnen gewonnen. Oh, die kalten Berghöhen hausen. Auf mein Zeichen! Weil ich dachte, die auch im Schatten von großen Bergen leben. Für den Orden! So, das heißt, wir... Uns fehlen nur reine Zutat und die Seite von den anderen Spinnen. Aber die anderen Spinnen, die werden wir in der Kaltmark erst finden. Verstärk die Deckung! Oh! 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 Hier, sofort! Äh, ich bin der Kaltmark eben... Mir nach! Und los! In die Schlacht! Meine Güte, so viele Namen! Da oben laufen Geister von Kriegern rum. Und los! Vorwärts! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Okay, du bist so... Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall zurück! Sie sind überall zurück! Okay, das sind ein bisschen viele Felsen spinnen, glaube ich. Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Aber hey, wir schaffen sie auf jeden Fall! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Haltet durch! Haltet durch, Männer! Schlag! Zieh zurück! Schließt die Reihen! Okay, hier geht's dann nirgendwo mehr weiter. Das heißt, wir müssten hier hoch dann... Aha! Schnell! Stumpfes Kurzschwert und ein Scharfschützenbogen. Aber hier ist ansonsten nichts mehr. Das heißt, wir müssen hierher... Schnell! So, währenddessen können die ein bisschen Leben heilen, ein bisschen Mana regenerieren. Wir haben wieder Tiermähen, die wir der Elfin geben könnten. Ja, der Bogen ist nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn einem die Geschwindigkeit recht langsam vorkommt, mit 80% im Gegensatz zu den 100%, aber das gleicht sich durch die 5 mehr Reichweite aus. Und den erhöhten Min- und Max-Schaden. Auf meinen Befehl! Schnell! 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 Vorwärts! Folgt mir! Schnell! 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 Und los! So, jetzt mal hier oben aufticken. Ja, da ist der Drache. Hier sind... ...Nekromanden. So wie es aussieht, hatte der Nekromand... ...und los! ...vor den Geisterzwergen. ...Mir nach! Folgt mir! Und ja, da ist der Drache. Schnell! Und los! Vorwärts! Also ja, so wie es aussieht, hatte der Nekromand... ...habe sofort im Geisterzwergen. Folgt mir! Oder die Nekomanden besser gesagt, weil... ...nur weil etwas... ...die gleiche Farbe hat, heißt das nicht, dass es befreundet sein muss. Vorwärts! Also nur weil beides mich nicht leiden kann. Vorwärts! Sagen wir es mal so. Und ja, wir kommen... ...wieder hierhin zurück. Gut. Und ja, da unten sind Geister. Folgt mir! Sofort! ...Mir nach! Mir nach! Folgt mir! ...Gegen den Drachen rennen wollen. Jedenfalls sind da ein paar da hochgerannt... ...gegen die Nekromanden. Sofort! Haben wir wahrscheinlich dadurch aktiviert, dass wir, ähm... ...Mir nach! Vorwärts! Ich schätze mal entweder den Seenstein oder... ...das Händenmonument aktiviert haben. Und los! Folgt mir! Vorwärts! Schnell! Naja, hier ist auch ein Seenstein... ...und hier ist eine Krypta. Und los! Verstärkte Lederbeinlinge, die aussehen wie die Jeanshose. Aber verdammt, nicht nur nochmal, die schlecht sind. ...Mir nach! Auf mein Gleichen! Und los! Für den Orden! Schließt die Reihen, zu Befehl! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Verstärkt die Deckung! Stand halten, Männer! Sie sind überall! Sie sind überall! Ja, das sind Geister. Die Linie müssen halten! Sie sind überall! Tana ein bisschen am Eben halten. Was wünscht die Rune im Weg? Verstärkt die Deckung! Auf mein Kommando! Und los! Halte durch, Männer! Für den Orden! Vorwärts! So, das war der Ersten! Da oben sind doch welche, aber... Sofort! Ich sollte erstmal gucken, dass ich den Sport loswerde. Asgard Skjalfson. Bereit! Zur Ehre Aronius! Feindlicher Angriff! Auf mein Kommando! In die Schlacht! Oh, der hilft ne Rune. Scharfer Kumpssäbel. Ja, nehme ich gerne. Heilungsstufe 2. Aura der Stärke. Windstahl haben wir noch das Lazzoli. Einfach auf Stabartstab. Okay. So, die 2 noch. Dann können wir hier oben den Seenfels und die Truhe holen. Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Folgt mir! Mir nach! Verstärkt die Deckung! Auf mein Zeichen! Und los! So, weg mit dir. Mir nach! Auf mein Zeichen! Vorwärts! Jo, schwarz. Und los! Mir nach! So, und jetzt müssen wir wieder da hoch. Wir haben jetzt also... Ja, die Zutaten für Lodericks Gift. Wir haben eigentlich bis auf das hier oben. Alles von der Kaltmark aufgedeckt. Also ist jetzt Zira 4 dran. Alles von der Kaltmark. Hier ist ja schon. Na, hier ist es zu sehen. Wir sind jetzt. Wir kommen jetzt zum Beispiel. So, das dauert ein bisschen bis wir wieder dort sind. Und ja, da müssen wir noch durch die Nekromanden, durch die das Portal verteidigen. Aber erstmal muss der Drache sterben, der uns den Weg versperrt. Auf mein Kommando! Und los! Mir nach! Schnell! Vorwärts! Für die Freiheit! Sie sind überall! So, um auf die Beine sicher zu gehen, gibt's die große... ...feindliche Angriff! ...verfaktion! Schlagt sie zurück! So, rote Drachlingsschuppen. Rotes Juwelen, Stein des ewigen Feuers, Lapislazuli und Hergers Helm. Drachenpanzer aus den Schuppen von Drachlingen und Drachen lässt sich bestimmt eine gute Rüstung fertigen. Ortank, der spielt in Graufurt, weiß wohl, was zu tun ist, ja. Sprech mit Ortank in Graufurt auf die Drachlingsschuppen an. Mhm. Die Schuppen des Drachlingsschuppen sind sehr widerstandsfähig. Ortank kann vielleicht eine Rüstung daraus fertigen. Auf mein Zeichen! Und los! Und ja, das war nur ein Drachling. Oh, ne Schattenrobe. Spiegelbild und Kriegshabung. Sofort! Schnell! Ah, ihr seid es.